Hallo Welt, wir sind wieder da. Wir durchsuchen jetzt dieses Wespennest. Meine Güte, das war's? Nein, hier geht's noch runter. Gibt's hier noch weitere Aggressoren? Oder wie nennt man sich hier? Meine Güte, die haben ja einen Scheiß aufgebaut. Zu viert haben die so einen Mist hier aufgebaut und es gibt ein Haus, es gibt eine Tür, es gibt einen Weg nach oben, links rum. Immer geht's links rum, aber hier geht's nicht links rum. Wir können da nicht hoch. Es funktioniert einfach nicht. Aber wir können hier hoch. Sind wir auch oben. Ist das gleiche oben. Kein Unterschied. Ja, vielen Dank übrigens. Ich habe gesehen, ich wurde abonniert. Zum ersten Mal. Juchu. Danke Mike. Danke. Hier wurde ein Abo verschenkt. Kostenlos. Danke. Und ja, ich bin hier festgefahren. Ich komme nicht mal raus, deswegen bis zum nächsten Mal. Nein. Ich muss wieder rauf. Und da muss ich wieder runter. So geht das. Und dann kann ich hier nicht durch. Ich kann nur in diese Richtung kommen. Ich hoffe. Hier sind keine Gegner. Die Tür ist auf. Tür schließen. Erstmal. Ja. Ja. Da kam ich her. Hier nicht. Oh Mann. Die vier Manneken haben das Ding hier verteidigt. Ja, ich weiß nicht. Boah. Da hatten die aber viel zu tun, oder? Hm. Die haben überall was aufgebaut hier. Ach so. Da muss ich da drüben rein. Ah. Lass mich hier hoch. Nein. Ah. Als nächstes werde ich wahrscheinlich mal die Maussteuerung ändern. Das ist ja eklig. Oh. Eine grüne Tür. Green door. Yippie. Ich mag Shaken Stevens. Mach einer mit. Hieß der so? Shaken Stevens. Irgendwie hieß er. Green door. Ich sage nur. Green door. Ja. Ja. Oh. Das ist aber groß. Schön. Mit vielen Manneken hatten die einen guten... Ja. Die hatten ein gutes Zeug hier, was man nicht nehmen kann. Das nämlich. Abgenutztes Klemmenbrett. Oh Gott. Saubere Kleidung. Naja. Lassen wir das mal. Alles brav. Da. Oh. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich so spielen muss hier. Hallo. Aufstehen. Hier ist doch niemand mehr. Die Schreibmaschine. Ach. Da ist das Zahnrad drin. Höchstwahrscheinlich. Das nehme ich mit. Das haben wir doch gesucht. Und das Silbermedaillon nehme ich auch noch mit. Nur weil ich es kann. Was man hat, das hat man. Und was man nicht hat, das muss man sich suchen. Bis man es hat. Vergoldetes Sturmfahrzeug. Sehr schön. Und eine Schachtel Zigaretten. So seltsam auf den WC-Sitz geklemmt. Ich hätte ja in der Post-Apokalypse hätte ich hier schon die Brillen abgerissen. Damit man besser treffen kann. Führt das immer noch nach unten? Wo ist das? Da. Führt das in die Kanalisation? Jetzt wirklich. Hier ist eine Baseball Base. Okay. Und ein Pilettenkleid. Hm. Hübsch glänzend. Wahrscheinlich. Dann gehen wir nach oben. Und schauen, was oben ist. Ein Labor. Hm. Ein Labor. Was habt ihr laborisiert? Habt ihr hier Drogen hergestellt? Vielleicht. Ich kann hier was erstellen. Ich kann was machen. Kamera annehme ich mit. Und da unten ist was safe. Das Schloss sieht stabil aus. Och. Hör mal Lucretia. Wenn du kein Schloss aufmachen willst. Dann will ich das auch nicht. Was kann... Da schau her. Da schau her. Ja. Was kann ich dann Schönes erstellen? Überhaupt nichts. Eine Droge vielleicht. Mentals. Aber nicht die normalen, sondern... Uh. Ich kann Psycho Jet herstellen. Will ich das? Oh. Jet und Psycho. Okay. Ja. Will ich. Ist mal was Neues. Und ich kann es nochmal machen. Und nochmal. Nein. Verlassen eh. Ja. Also. Fahnd 12. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Wir haben unsere Zahnräder, oder? Da ist irgendwas. Pilz. Im Beckenknochen. Ne. Der Beckenknochen im Pilz. Wie auch immer. Oh. Eine kleine Kamera. Ich dachte, hier geht es raus. Was für eine Überraschung. Ich nehme die Farbdose und die leere Farbdose. Und... Puh. Das war es. Den Ordner kann ich mitnehmen. Eine leere Farbdose noch. Und... Ordner... Da und das war es. Mehr ist hier. Doch, da ist noch was. Eine Tür. Die kann ich schließen. Peng. Zug ist sie. So. Na. Das nehmen wir alles nicht mit. Eigentlich. Möchte ich nur noch hier raus. Wie geht es hier raus? Du hast den Weg gemerkt. Durch die Toiletten nach draußen. Nein. Aber hier habe ich was übersehen. Stimbag. Und aufbereitetes Wasser und Blutpaket. Wie geht. Das nehme ich auch noch mit. Und dann geht es raus. Nein. Es geht in den Raum. In dem ich vorhin schon war. Da geht es raus. Und das nehme ich mit. Ne. Kann ich nicht. Öffnen. Es dauert etwas. Es ist schwarz. Mir ist schwarz vor Augen. Bin ich gerade aufgestanden? Bin ich? Bin ich? Na. Wer weiß? Es geht weiter. Nacht aus. Ja. Hier ist nichts auffälliges mehr. Ich habe mir ein bisschen gegrillt. Wahrscheinlich. Hier geht es noch mal rein. Und gleich wieder raus. Ne. Muss ich so rum. Ich passe da nicht durch. Ach. Holzdingen. Ne. Hier ist auch nichts. Wir verziehen uns jetzt wieder nach Hause. Denn hier ist nichts mehr. Der hat mir alles gegeben, was er hat. Der hat nichts cooles mehr dabei. Hoppa. Da ist irgendwie Licht. Ich würde hier ganz gerne mal. Aber. Nein. Nach Hause meine ich diesmal zur Burg. Ich renne jetzt zur Burg. Hier habe ich auch alles mitgenommen. Zurück zur Burg. Da. 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 Und ich habe auch gar keine Angst. Das ist ja. Schönes Wetter. Es regnet wenigstens nicht. Also. Zurück zur Burg. Was liegt hier? Ein Baseball. Wilder Ghoul. Baseball. Hier bin ich doch willkommen. Oder? Ich höre schon. Die irische Musik. Oh, wie schön. Wo ist mein Bier? Bekomme ich ein Bier? Hm? Power-Rüstung. Bekomme ich ein Bier? Zu dieser Musik? Ich weiß es nicht. Schlafen legen. Nee, ablegen. Das Zeug erstmal ablegen. Und dann gucken, ob wir ein Zahnrad bekommen haben. Wofür brauchte ich das nochmal? Irgendwas wollte ich bauen. Wir wollten doch so Dinge hier bauen. Energie. Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf der Tausten. Mhm. Mhm. Energie. Nix für uns dabei. Oh, okay. Zwei Teile sind dabei. Echt Energie wollten wir bauen. Wir haben noch hier Energie 20 sogar. Wollen wir nicht was anderes bauen? Außer Energie? Ich weiß. Es ist irgendwie verrückt, was ich hier drüber. Ist das nicht schon die ganze Zeit so? Ich stelle das drüber. Drei Uhr hier bei Radio Freedom. Ich hoffe, ihr hört uns an einem sicheren Ort. Im Moment legen keine Meldungen vor. Wir halten euch auf dem Laufen. Ja, ich denke, wir haben mehr als genug Energie. Und... Ups. Wir werden uns in der nächsten Folge prächtig amüsieren, wenn wir noch irgendetwas suchen für diese Siedlung. Die hat doch wirklich genug, oder? Ich will nichts Falsches sagen. Sie hat Essen, hat sie noch nichts. Aber Leute, hat sie auch nur einen. Und Wasser 43 genug. Also Energie 25. Okay, das geht auch. Und Schutz 5. Naja, da könnten wir was dran bauen. Betten 5 und Betten 5 und Moral 32. Immerhin Größe sieht man nicht. Über die Hälfte auf jeden Fall. Dann bin ich doch dafür, dass wir ein paar Leute anlocken, oder? Ich will nur ein bisschen handeln. Nein, möchte ich nicht. Raus hier. Ich hoffe, die Sendung hilft dir. Naja. Allen hilft es. Ja, ich bin nicht so sicher, ob das schon das Gelbe vom Ei ist, jetzt für eine Burg. Um die wir so gekämpft haben. Es sollte doch mehr hier los sein. Was ist mit der Karotte? Wo ist sie? Da ist sie. Ach. Nee, das muss doch mehr. Das ist doch zu wenig. Da oben ist aber eine Flagge. Immerhin schon mal. Also, ich verabschiede mich mal hier mit der Flagge. Die wehende Flagge. Und wir sehen uns im nächsten Part. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ich bedanke mich für alle Abos und für alle Likes und für alle Kommentare natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.